Nicht so ein Pro? Ja? Ne. Okay. Oh, es wird viel Trobenholz bei uns geben. So, Kiste ist da. Gut. Ein bisschen was reingepackt. Puh, was für ein turbulenter erster Tag hier. Ja, ist schon ein Highlight. Ich meine, der geht jetzt zu Ende und jetzt kommt die ekelhafte Nacht. Und es wird, es wird, es ist ein Behelfsbau. Ja? Wir sollten mal Fackeln aufstellen, weil sonst spawnen die hier. Ja, Moment. Ich mache, ich mache gerade, gerade Nahrung. Moment bei dem. Fackeln. Ah, so und so, oder? Stäbchen und, äh... Na, das geht nicht. Äh, erstmal hier innen ausleuchten. Uh. Ich mache, ich mache mal so ein bisschen Licht hier. Oh, Mann, ist drum zu. Ja. Spider, hallo, hallo. Und ein Zombie. Ich habe Angst, ich habe Angst. Brauchst du nicht. Wir haben hier eine ganz sichere Hütte. Mit Tropenholz. Oh, die klopfen mal an. Hallo. Wir kaufen nichts. Ja. Das ist schlecht, die machen nichts, oder? Doch, die machen die Tür kaputt. Warum hast du denn denn... Aua! Geh, geh vor mir weg! Du bist tot. Ich weiß. Mach die Tür bitte zu. Lass hier niemanden mehr rein. Jeder, der reinkommt, wird getötet jetzt. Warum bist du nur gestorben? Weil, keine Ahnung. Geh mal auf den Weg, mein Junge. Hier, weg! Jetzt kann ich mir da. Uh, da sind sieben Steaks drin. Ich nehme mir mal die Hälfte. Habe aber drei neue rein. Ja? Jetzt hat sie alles versichert. Oder ist sie nur alle wieder aufgenommen worden von dir? Ja, ich... Nebenan, ich habe alles wieder aufgenommen. Du kommst nicht rein. Du kommst nicht rein. What the fuck? Ich habe mich ver... Ich habe mich ver... Auch da kommst du nicht rein, du Lass. Sicheres Tropenholz. Gut, gut. Vielleicht soll ich erst mal alles zumachen, ne? Mhm. Also... Auch im Sinne von... Ach! Äh... Ach, toll. Was sind du? Wir schießen Scharte. Nein! Wir brauchen mal Stein und so. Stein ist meistens unter der Erde. Echt? Habe ich mir lagen lassen. Außerdem brauche ich gleich die Erde für den Garten, den ich anlegen will. Garten? Du wirst uns gemütlich... Ja. Ich dachte ja jetzt persönlich. Ja, sprich ich aus. Vielleicht machen wir hier nur so ein temporäres Häuschen und richtig machen wir das woanders, weißt du? Ja, nee, das... Aber wir müssen auch zumindest... Auch wenn es temporär ist, müssen wir ja ein bisschen überleben können, oder? Ja. Vor allem, wenn man halt stirbt, kommt man ja wahrscheinlich erst mal, solange wir kein Bett haben, hier raus. Richtig. Und wenn wir ein Bett haben, glaube ich, kommt man ja beim Bett raus, ne? Richtig. Aber das Wichtigste habe ich schon mal... Ich habe einen seeloten Blatt. Unser... Unser Überleben ist gesichert. Ha, na dann. Oh, Eisen! Der Pool... Der Pool kann... Der Pool kann gebaut werden. Ich habe nicht genug Holz. Ach doch, ich habe noch Holz hier. Das schon... Oh, das wird optisch ein Highlight. Glaubst du? Ich bin ziemlich sicher. Designtechnisch nicht zu überbieten. Schön. So. Der Raum ist... Ich habe... Ich habe eine Höhle gefunden. Ich habe eine Höhle gefunden. Und das ist jetzt gut? Wollte ich nicht, aber es ist halt... ...gemacht und... ...un... ...ohne Höhle ist da. Mal gucken. Schau... Schauen wir mal. Fackeln... ...wäre... ...wäre mal nicht schlecht. Was machst denn du da? Also... Warte mal eben jetzt hier. Ja, also kannst du das mal ordentlich machen? Wie soll man denn da runterkommen? Ich bin... Ich bin... Kennst du nicht Anne? Was? Ob du Anne kennst? Wer ist Anne? Ja, Anne will. Anne-Fresse. Au! Nein, au, 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 au. Nein, nein, nein. Aua, nein. Du hast gewonnen, du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Das ist ja unglaublich. Also ich hab schon unser erstes Eisen gefunden. ich habe mir mal kohle geklaut egal ob du da eisen machen willst oder nicht ja passt schon ich will fackeln machen darf dafür haben wir zwei öfen und da ist jetzt hier so ein sammelding wo ich habe eier das ist ja toll ok ok den rest glaube ich lasse ich erstmal hier haben wir alles möglich rein unser hausbrett wo hast du denn meine hohe lassen deine was diese habe ich die musste auch hier ja genau die ich kann ja auch hier das habe ich schon ein schwert vielleicht hast du noch stein ich hätte gern ist in der kiste ah gut weil dann basteln ich mir nämlich mal ein paar dinge eben ein paar dinge weißt du so und okay das da und ja das auch noch ich habe mir ersten eisen machen das aber toll warum wird auch gleich eine schippe gebastelt natürlich den stein ganz brav wieder zurück und das tue ich auch dazu so jetzt bin ich quasi bereit da unten mal los zu legen gut dann können wir noch stein also eine komische hülle was ist denn das hier immer dass dies mit diesem mit diesem schnell keine ahnung manchmal macht so flippen dann da ist die hülle gut habe das problem ist wenn ich mit der hacke drauf hacke und du mit einem riesigen regen der vor haust war ja alt hat sehr schwer raus habe ich mir sagen lassen so eine pikacke hier tropft wasser rein soll ich das mal weg schlagen mach ruhig was ein spaß hier guck mal du bist ein trollofant ich komme nicht durch bist du denn jetzt ja kommst du mal hast du mir den Zug gefaut oder was herrlich aber du könntest ja auch mal reden was für ein fieser möpp du doch bist was für ein fieser unsympathischer möpp hoffentlich stirbst du nee schade so ich sammle jetzt mal hier die ganzen goodies ein denn draußen ist schon wieder tag was ist denn das der Conti da ist er da unten irgendwo ich hab wieder keine da hallo hallo au au da ist alles noch ein bisschen ähm perfekt läuft's es läuft perfekt böses Hühnchen ist die ist die noch aufs geletten lieber ja anscheinend schon nachdem du zwei pfeile in dir drin hast ha 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 müssen wir das denn mit dem auf dem Boden? Jetzt machen wir erstmal hier einen kurzen Break. Ja? Ja? Weil dann mache ich mal den Server vielleicht nochmal neu. Okay. Also ich hoffe, das Speicher... Mal gucken, was jetzt passiert. Du, äh, gut. Besser jetzt rausfinden als in zwei Stunden, oder? Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, herzlichen Willkommen zurück zur Let's Play Minecraft. Willkommen. Willkommen. Vielleicht sollte ich auch nicht in 720, äh, in 1080p, sondern in 70... Ach, egal. Mal gucken, ob ich das überhaupt jemals ausstrahle, weißt du? Du, äh, müssen wir ja nicht. Müssen wir ja nicht. Jetzt gibt's ja erst mal Cube World für alle. Richtig. Wo wir so gewaltig abfehlen. Wir haben da gerockt. Naja. Also ich. Ja, ja. Mein mächtiger Bogen. So, da ist doch ne Kuh. Haben wir Weizen? Ich glaub, Weizen... ...Kühe. Weizen hab ich... Hab ich schon ein bisschen... ...bisschen mit angebaut. So... ...vier Felder, weil mehr... ...mehr Samen hatte ich nicht. Und die Kühe... ...Kühe bitte nicht... ...nicht töten, weil... ...wir die noch, äh... ...paaren können. Weißt du, womit hier... ...Weizen und so und... ...Kinder kriegen und... ...und dann die Kinder schlachten. ...la-wi... ...la-wi... ...de... ...la-mur... ...la-da-da-da-da-da-da-da-da... ...wir könnten auch mal... ...singen mit... ...Kornschi und Hemantla machen. Wir schnappen uns einfach... ...fünf, sechs Lieder und, ähm... ...also ich möchte nicht, dass... ...dass die paar Zuschauer, die wir haben... ...wenn wir welche haben... ...dass sie noch mit... ...mit... ...mit Ohrblutungen im Krankenhaus liegen. Von daher... ...lassen wir das lieber sein, okay? Ist besser. Für alle Beteiligten. Ach, du bist ein Feicherl. Nee, das ist reiner Schutz... ...für die... ...für die Menschheit. Feicherl. Ich hör schon wieder Musik. Ein schlechtes Zeichen, oder? Wir brauchen mehr Kohle, Kornschi. Also ich bin gerade, wie du siehst... ...bin ich hier gerade oben auf dem Baum drauf... ...und hack gerade den Baum kaputt. Wie du siehst, sehe ich gar nichts. Wie sie sehen, sehen sie nichts, Micha. Gut, der Baum ist abgeholzt, gut. Was denn? Ich war im Wasser. Das war so schwierig, wieder rauszukommen. Bist du geschwommen? Ja, ich war... ...bisschen Fitness. Ja, klar. Weißt du? Fit machen für die Nacht. Wenn der Kornschi mich wieder schlägt. Hallo, du hast mich da gerade... ...du wolltest mich da gerade ertrinken lassen. In diesem riesigen Flutbecken wolltest du mich ertrinken. Ich hab gefragt, soll ich da aufbuddeln? Du sagst, ja, also hab ich aufgebuddelt. Jetzt kommt wieder hinterher die Beschwerde. Höhle? Ja, im Minecraft gibt's ja nur Höhlen. Wenn du das jetzt jedes Mal sagst. Nein, dieses Geräusch. Dieses dumpfe, gräulende Geräusch. Das ist ein Anzeichen, dass du eine Höhle gefunden hast. Hast du denn nie Gronkh gesehen? Nee. Den guck ich mir nicht an. Das sagst du jetzt. Und... ...und ganz... Hast du Kohle jetzt? Hast du mich mal geschlagen, oder was? Entschuldigung. War nur die Hacke. Au! So, ich mach mal hier noch ein bisschen mehr Licht. Wieso hast du da Holz drin? Ja, ich hab halt das als Kohle benutzt. Ja, das macht man aber anders. Dann mach man den so. Und nimmst unten Holz rein, packst oben Holz rein. Dann machst du nicht auf oben Kohle. Ja, mach das doch. Ich mach mal hier noch ein bisschen, ähm... ...alles hell. Nur Studenten hier. Nur Studenten. Entschuldigung, dass ich studierte. Boah, das wird so gut hier. Ganz schnell. Das wird voll das hässliche Mega-Castle. So. Ich hab meine ganzen Fackeln verbraucht. So, was machst du da? Was kochst denn du da? Was ist denn das jetzt hier? Ich mach Kohle. Ach, gut. Gut, weil die Kohle brauch ich nämlich. Wofür? Ich will Fenster machen. Mit Kohle? Ja. Äh. Hörst du auf. Das gibt gleich einen mit der Schaufel hier, ne? Aber hier. Komm mal, komm doch. Wir machen jetzt hier... So. Hörst du auf? Das ist deine Seite da drüben. Da kannst du machen, was du willst. Bei dir drüben da... Ey. Ins Loch mit dir. Alter, du Arsch. Mit der Schaufel gepaddelt. Und nicht gepaddelt. Oh, mein Herr. Mein Herr. So. Es wird nicht... Aus jetzt hier. Es ist vorbei. Wir machen es mal vernünftig. Deins. 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 Sand war deins. Das war deins. Es gibt doch hier kein Mein und Dein. Nein, nein. Also muss man ja auch ein bisschen hier... Mein Dach. Du wirst gleich nochmal gepaddelt, wa? Muss ich mal den Push entfernen hier auf dem Dach. Wie schaut denn das aus? Was ist denn dieses... Öko. Öko. Achso, ich habe ja irgendwie so ein Texturpack. Sollte ich das erwähnen machen mittlerweile in der zweiten Folge? Vor allem das aller, aller geilste ist hier aber. Wir haben kaum was zu fressen. Wir haben alles nichts. Und du machst erst mal Glas. Das muss ja schön ausschauen hier. Ja, das ist okay. Aber, aber... Weißt du, wenn es sich nicht schön lebt, dann habe ich auch keine... Du brauch ja nichts zu essen. Das ist ja okay. Aber die Prioritätenkette ist Nahrung, Waffen, Rüstung, Haut bauen... Überhaupt nicht. Schön wachen, ganz unten. Nee. Als erstes muss man schön sein, weil sonst brauche ich ja nicht... Ne? Lohnt es sich ja nicht zu leben. Wann fängst du denn damit endlich mal an? So, ich mache jetzt hier erst mal schön. Machen. So, schön. Ich wollte Krabbel essen. Jetzt ist wieder schön hier. Jetzt ist aber gut mit Trollen, okay? Ich kann ja auch, wenn du möchtest, kann ich auch beim... Wir können auch dann nochmal in fünf Minuten oder so, wenn wir die Folge hier quasi eine Folge fabriziert haben, kann ich ja unterbrechen, dann kann ich auch in den Servereinstellungen einstellen, dass PvP aus ist. Ne, 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 das muss ja nicht sein. Ich meine, so ein bisschen Trollen ist ja stellweise immer ganz, ganz gut, aber... Tja, du hast gesagt, ja, hier schön machen. Habe ich schön gemacht. Ja. Ich habe dir dafür aber auch alles da gelassen. Ja, ich habe es gesehen, danke schön. Nur deine Knochen willst du anscheinend nicht einzumachen. Naja, egal. Die hatte ich eigentlich schon eingesammelt, aber... Ist alles ein bisschen... So, jetzt habe ich hier Glas und damit kann ich jetzt irgendwie was machen. Ja. Ich habe so noch etwas, aber... Wie macht man wohl Fenster? Das Glas ist schon, das ist schon das Fenster. Das kannst du doch so reinsetzen. Das ist doch scheiße. Echt? Sollen wir halt noch Glasscheiben machen? Ja. Echt jetzt? So? Naja, gut. Jetzt zum Beispiel hat es bei mir ein bisschen geleckt. Gerade eben. Naja. Sieht doch schön aus. Schön. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst. Ich müsste das jetzt gar nicht so...